Und Lukas, was denkst du, hat Jessen heute den Ball dabei? Nein. Dann glaube ich auch nicht. Der vergisst doch immer alles. Morgen! 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 Was hast du sonst gemacht? Gar nichts. Ich hab da gechillt. Ähm, ja, Ich hab da gechillt. Seid ihr ein... Hier lang, hier.. Herzlich ein... Morgen reinfahren, wenn der Unterricht fängt an! All hier ist neis denn? Also besitzt die Nachricht! Und, das. Das sicht sich. Schreit, hoppla! Das. 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 Ich war sehr am Anfang! So! Herr Offen, ja? Danke. Hä',ue scrsuret! Ähm Ca, ha e h... An die Schaffung? 0 bis 0 bis 0 bis 0 bis 8, nul bis 3 és 1 bis 3, 1 bis 1 bis 7! 3 x 256 ist gleich 738. Herein! Guten Morgen, Frau Raschel. Guten Morgen! Ich wollte fragen, wann heute Mittag noch mal die Lehrerkonferenz ist? Die Konferenz 13.30 Uhr im Lehrerzimmer. Okay, super. Dankeschön. Okay, bis später. Ich brauche gerne den Weg zu machen. Hey, wir müssen erst üben. Ich bin schon lange da. Schüler und Lehrer kommen und gehen. Ich bleibe hier. Ich habe angefangen, Tagebuch zu schreiben. Wie ich einmal nachsitzen musste. Wie ich einmal Fußballmeister wurde. Wie ich einmal einen Klingelstreich machte. So, Jungs. Ihr habt alle Eure Hausaufgaben nicht gemacht. Deswegen seid ihr heute mal wieder beim Nachsitzen. Ich habe euch hier was zusammengestellt. Das füllt die mir bitte aus. Bitte schön. Hey, bleibt da, Reiter. Er durft einer Seite. So, Jungs. Ich würde ganz kurz zum Lehrerzimmer gehen. Ich muss was kopieren. Ich bin in fünf Minuten wieder da. Ihr macht einfach weiter, okay? Oh, das ist das. Okay. Okay. Super, bis gleich. Hey. Ich habe darauf keinen Bock. Und ihr? Auch nicht. Achso. Scheiße. Hey, hey. Hey. Sollen die Strafarbeiter mal drüben in der Schublade verstecken? Ja. Okay, komm. Was macht ihr denn da? Wo sind denn eigentlich eure Aufgabenbretter? Nein, 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 nein. Schublade. Schublade? Ja. Ja? Okay, dann gucke ich da gleich mal. Hm, okay. Alles ausgewählt. Das stimmt. Super, Jungs. Ihr habt die Aufgabenblätter fertig gemacht. Haben wir. Das habt ihr alles selber gemacht? Äh, ja. Okay, dann dürft ihr jetzt gehen. Hey, Jungs. Ich glaube, wir haben keine Energie. Hey, Jungs. Wir haben für euch Traumzucker dabei. Ich habe eine Idee. Lass uns Elfmeter spielen. Okay. Dann können wir es auch mal zurückkauen. Diesen Straf. Nein, nein. Oh, nein. Alberto hat getraten. Ja, Mann. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Achtung, mach ich mal! Hast du mal in dir? Maia, passt das so? Ja, jetzt fangst du da noch die Hälfte mit auf. Nimm das. Ja, 4 Seiten an der Zeit. Super. Antonio? Fragst du mich nachher wieder, wie es geht? Das können deine Eltern bei mir abholen. Ja, super. Schussenthal-Schule Weingarten, Rausche. Hallo, hier ist die Schulaufsichtsbehörde. Hallo, bis Gott. Die Bakterien-Schule sind Bakterien. Bakterien? Was? Das kann doch gar nicht sein. Das gab es noch nie bei uns. Das ist sehr gefährlich für die Kinder. Die Kinder können alle angesteckt werden. Ja, die können angesteckt werden, ist klar, aber was machen wir jetzt? Das ist nicht zu verantworten. Es kann schlimme Krankheiten geben. Ein Hygiene-Team muss in die Schule kommen. Sagen Sie den Kinderlern und den Eltern, dass wir die Schule schließen müssen für zwei Monate. Für zwei Monate die Schule schließen? Und meine Güte, ja, wenn es nicht anders geht, dann trotzdem vielen Dank für Ihren Anruf. Vielen Dank. Ich danke auch. Auf Wiederhören. Tschö. 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 Herr Rhein. Grüß Gott zusammen. Bitte entschuldigt alle die Störung. Es ist etwas passiert. Wir haben Bakterien an der Schule. Ich muss die Schule evakuieren. Bitte hört auf zu lernen. Packt zusammen und verlasst das Schulgebäude. Zwei Monate lang ist die Schule gesperrt. Ich war viele Jahre hier. Auch weitere Jahre werden noch vergehen. Ich werde immer hier sein. Vielleicht werden auch wir uns einmal treffen. Ich war immer auf die Schule gesperrt. Ich war schon einmal auf die Schule ab. Wir kommen jetzt immer wieder zu überlegen. Jetzt aber nochmal rein. Da geht euch jetzt noch, wenn man anzt sie fragen möchte. Das ist wirklich um die Schule. Die Schule ist in der Jahre, wenn man sie oben nimmt, Das war's für heute.